Willkommen zurück zu meinem Let's Play. Metal Gear Solid V The Phantom Pain Boah, ich werd schon langsamiert. So, los geht's. Gott, die sind auch gleich da. Das wird wieder ein kurzer Part für euch. Jo, passt schon. Deploying. Und die mitnehmen. Und auf geht's. Ach Gott. Dieses Laden. Part 60 überhaupt. Unglaublich. Part 60 schon. Was ich an Zeit da rein investiert hab, das müsst ihr euch mal ausrechnen. Mit Pausen und allem möglichen. Boah. Unglaublich. Und ich glaub, ich sollte mal duschen gehen. Ich schau ja urschlimm aus. Bist du deppert. Das Schraubnähe kommt immer weiter raus. So, Wuffi. Schön brav markieren. Wie immer. So. Cool. Automatischer Abbau. Sehr gut, sehr gut. Es wächst, es wächst, es wächst, es kommt. So, lass mich runter. Lass mich runter. Lass mich runter. Na komm jetzt. Danke. Immer. So. Irgendwo da drin. Machen wir mal hier. So. Geht schon. Gehen wir. Schwere Infanterie Nummer 5. Okay. Da vorne geht's schon ab. Also, irgendwo in den Lager nehm ich einmal an. Ich hab eh urviel. Und da unten ist der zweite. Und da unten ist der zweite. Okay. Und da sind jetzt drei, oder was? Vier? Okay. Das könnte ein bisschen interessanter werden. Okay, okay. Verstehe. So. Wo schaust denn du hin? Genau zu mir. Das passt schon. Hauptsache, er schlaft ein. Was ich nicht weiß bei der schweren Infanterie. Zumindest juckt es ihm nicht einmal annähernd. Ich schieße immer auf seinen Helm. Immer. Okay. Zumindest schaut einmal nach. So. Wo schaust denn du jetzt hin? Du bist weggedreht von mir. Okay, okay. Ich hoffe, der bleibt weggedreht. Ganz ruhig und langsam. Na, der Hund. Wie ihn anknurrt. So. Gleich darauf. Langsam und vorsichtig. Den lassen wir jetzt mal unten liegen. Ich hoffe, dass der halt in der Zwischenzeit jetzt nicht aufwacht. Und komm runter da. So, probieren wir's einfach. So, probieren wir's gleich mal. Du musst ihn extraktieren. Ja, natürlich hol' ich ihn raus. Wozu glaubst, bin ich da? Nein. Jetzt kommt dein Auto auch noch. Rein, 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 rein da. Perfekt. Ein Bauplan. Sehr gut. So, der fahrt da eh an mir vorbei. Sehr gut. So, dann gehen wir mal durch. So. Der schaut weg. Und der da oben. Schaut auch weg. Okay. Hey, das sind Container. Wie fallen mir erst jetzt auf? Ganz ruhig. Ganz langsam. Perfekt. So. K.O. machen. Perfekt. So. Ganz ruhig. Haben wir eigentlich die Mission schon wieder gelöst. Da rauf da. Dass der mich nicht hört. Das schaut so geil aus. Na komm. Komm. Komm mal mit. Tito. Na, der ist schwer, gell, Big Boss. Sieht man richtig, wie er sich bemüht, dass er ihn raufhebt. Und weg. Perfekt. So, da vorne liegen auch noch welche. Materialien. Zack, zack. So, und den, das sollte ich ja jetzt mitnehmen können, oder? Tatsächlich. Du musst ihn extrahieren. Prätschieren. Du musst ihn mal gleich an. Danke an den Spoonman. Du musst ihn extrahieren. Vielleicht noch ein Geschütz oder sowas. Ja, da gibt's noch eins. Ein Mörser. Nein. Danke. Dass man das nicht mitnehmen kann, das verstehe ich nicht. So, wir probieren das jetzt einmal aus. Und einfach mal mit dem Raketenwerfer da drauf. Das Geschütz ist weg. Also, das habe ich weggesprengt, aber das da da oben nicht. Das muss man mal einer erklären. So, noch einmal. Aus was für einem Material ist das bitte? Das ist ja nicht normal. Okay, dann war's das wieder. Jo, nächste Mission fertig. Sehr, sehr nice. So. Zurück zur Luftkonzentrale, bitte. Okay, okay. Ein Mörser. Ja, passt. So, jetzt flieg ich zurück zum Mother Base noch. Das bauen wir jetzt noch ein in den Part. Gehen wir uns noch duschen. Und dann setzen wir uns noch mal in den Helikopter. Ich geh mich jetzt nur duschen. Also, ihr könnt's eigentlich schon abdrehen, wenn's wollt. So, zurück zur Mother Base. Und ab geht's. Entwicklungsempfehlungen, okay. mehr als die Reine kämpfen, desto mehr Schritte unternehmen sie, um ihrer Taktik zu kontern. Sobald sie geschieht, ist es nicht ... Ja, okay. Gut. Blablabla. Immer das Gleiche. Und ich bin blutverschmiert. Das ist so, glaube ich nach drei Missionen, die ich jetzt gemacht habe alleine. Ja, okay. Aber du bist brav. Du bist wirklich Gold wert. Vielleicht hätte ich Quiet auch mitnehmen können. Aber bei der Quiet könnte es sein, dass sie wahrscheinlich glaubt, dass ich in Gefahr bin und dass sie dann wahrscheinlich mir einen Typen einfach wegfetzt. Kann man ja nie wissen. Auf die Container bin ich jetzt gespannt, ob ich da irgendwas bekomme. Da können wir dann gleich nachschauen, was da drinnen war. Damit ich halt die Mother Base weiter ausbauen kann. Und das ist immer im Bau. Jedes Mal. Das wird nie fertig, glaube ich. So, los geht's. So, grüß euch, gell. Ich geh mich jetzt mal noch schnell duschen. Und die Moral hat sich erwähnt. Und noch mal, und noch mal, und noch mal, und noch mal. Körperlich und geistig erfrisch. Hallo. Boss, ich bin bereit für dieses Gespräch. Ja, wirklich? Schreib mich auf eine Mission. Du kannst du dich aufhören. Ja, ich hau' ich allen nieder. Haha. Du brauchst gar nicht weggehen. Auf dich hab ich nicht vergessen. Perfekt. Okay. So, wieder zurück in den Heli. Das ist P-Quad. Du brauchst kurz nach LZ. Das ist ein V-Quad. Das ist eine Station in LZ! Ist ja verständlich So, rein mit dir Na komm, steig auf Bitte Danke So, und ich beende hier mit dem Part Wir sehen uns dann drinnen im Heli Mit dem Spoonman frisch und munter ausgeruht, hoffentlich Und er macht dann halt, wie gesagt, die nächste Hauptmission Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen Macht's es gut, tschüss, baba Euer Herzfehler